Hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung, dauerhafte Zuverlässigkeit und ein Höchstmaß an Betriebssicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen. Konsequent bis ins kleinste Detail, ohne Spielraum für Kompromisse. Das ist Qualität in Perfektion. Hightech-Produkte made in Germany haben Binder zum weltweit größten Spezialisten für die exakte Simulation von physikalischen, chemischen und biologischen Umgebungsbedingungen in Labor und Industrie gemacht. In unserer Kundenliste fehlt kein namhaftes Unternehmen in über 120 Ländern dieser Welt. Darauf sind wir stolz und dafür arbeiten wir weiter. Binder steht für Innovation und Qualität. Das lückenlose Leistungsprogramm deckt Routineanwendungen genauso ab wie hochspezifische Arbeiten in Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Wir arbeiten für die Leistungselite und sind stolz darauf, zu dieser Elite zu zählen. Wir haben ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem wir unsere gemeinsamen Ziele heute und in Zukunft mit Erfolg erreichen werden. Die bauliche Gestaltung ist das getreue Spiegelbild dessen, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns verhalten, wie wir führen und selbst und andere. Binder – Best Conditions for your success.